In Einzelfällen... Guten Abend. Dem sächsischen Arbeitsmarkt droht ein Fachkräftemangel. Und zeitgleich kommen so viele Zuwanderer ins Land wie nie zuvor. Kombiniere, lässt sich das miteinander verbinden? Das wollten die sächsischen Industrie- und Handelskammern wissen und haben ihre Mitglieder befragt. Rund 2600 Firmen machten mit, das Ergebnis, viele Unternehmen könnten sich vorstellen, Asylbewerber einzustellen. Vor allem im Gastgewerbe. Je größer die Firma, desto größer ist grundsätzlich die Bereitschaft. Allerdings erwarten die Chefs auch einiges von möglichen neuen Mitarbeitern. Nun zu den Flüchtlingen, die noch nicht im arbeitsfähigen Alter sind, die zur Schule gehen. Damit sie da etwas lernen, müssen sie zuerst Deutsch sprechen und schreiben können. Es ist gar nicht so einfach, diese Notwendigkeit in den laufenden Schulbetrieb zu integrieren. Deutsch als Zweitsprache ist das eine. Aber die Kinder haben ja auch eine Muttersprache, die nun ebenfalls vertieft werden soll, wie wir heute in Leipzig gelernt haben. Nachdem der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung gestern noch einmal bekräftigte, dass das ehemalige Brühl-Pelzhaus inmitten von Leipzig durchaus ein geeignetes Objekt für die Unterbringung von Asylbewerbern ist, gab es dann den nächsten Schritt in der Kommunikation mit den Bürgern. Eine Einwohnerversammlung in der Thomaskirche. Es geht um die Wurst. Die gerade erschienene Studie der Weltgesundheitsorganisation dazu empfiehlt eigentlich guten Gewissens nur die Petersilie vom Wurstteller. Keine Bange, ich stimme nicht ein in den Chor. Was können wir denn jetzt noch essen? Sie entscheiden selbst, was sie für sich und ihre Familie wollen. Es liegt auch auf der Hand, dass die Fleischer ein komplett anderes Verhältnis zu nun mal ihren Produkten haben und die Ergebnisse der WHO kritisch betrachten. Wanne oder Liege? Wie hätten Sie es denn gern? Wie möchten Sie entbinden, liebe angehende Mütter in Bautzen und Umgebung? Eine Frage, die bisher so in Bautzen nicht stand. Aber ab November ist alles neu. Dann können Sie es sich aussuchen. Alle, die in nächster Zeit umziehen wollen, sollten jetzt besonders aufmerksam sein. Denn es gibt Neuigkeiten im Meldegesetz. Das gilt ab 1. November, also dann ab kommender Woche. Warum ist es der Regierung nun wieder so wichtig, dass dieses Verfahren bundesweit eingeführt wird? Das gab es nämlich schon mal und wurde vor 13 Jahren gekippt. Leipziger Studenten wollen helfen in Kambodscha. Kambodscha zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Nur einen Dollar pro Tag verdienen die Menschen da im Schnitt. Aber essen müssen auch sie täglich. Und so haben sich einige Studenten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur nach einem Urlaub in diesem asiatischen Land vorgenommen, einen Ofen für den Alltag in Kambodscha zu entwickeln. Wir sind noch mal beim Thema Essen. Er ist kein Wissenschaftler und auch kein Sternekoch, aber Patrick Hausmann weiß, was wir essen sollten und vor allem wie. Der selbsternannte Ernährungsexperte soll selbst einmal 94 Kilo gewogen haben. Da hat er angefangen, über Ernährung nachzudenken. Das Nachdenken hat offensichtlich geholfen. Sein Buch »Ich bin dann mal schlank« wurde ein Bestseller. Und clever wie er ist, hat er gleich noch eine Show nachgelegt. Gestern Abend war Patrick Heizmann in Dresden zu erleben mit eben dieser Show, die dafür heißt »Essen erlaubt«. Der FC Erzgebirge Auer steht zum ersten Mal in seiner Geschichte im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und sowas muss gefeiert werden. Denn das kommt einer Erlösung gleich. Bilder aus der Spielerkabine direkt nach der Sensation gestern Abend nach dem 1 zu 0 gegen Erstligist Eintracht Frankfurt. Wenn man bedenkt, dass sich Auer wenige Tage zuvor im Drittliga-Punktspiel bei der 2. Mannschaft von Werder Bremen so schwer tat und mit einer 0 zu 4 Niederlage wieder nach Hause kam, dann ist das, was sich hier gegen die 1. Mannschaft vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt abspielte, einfach unglaublich. Aber das ist sie, die Macht aus dem Schacht. Und die geschlagene Eintracht aus Frankfurt empfängt Bayern München. Da ist dann jeder wieder in seiner Liga unterwegs. RB Leipzig kann sich nach der 2. Runde des DFB-Pokals wieder voll dem Punktspielbetrieb in der 2. Fußball-Bundesliga widmen. Denn die Leipziger blamierten sich beim Viertligisten aus Unterhaching. Es ging ja auch gleich gut los. War gar nichts zu hören. Wie Sie, habe auch ich nichts gehört. Wir bieten dies zu entschuldigen. Es läuft zurzeit der Livestream im MDR. Dieses Spiel wird also im Livestream übertragen. Und die Zusammenfassung sehen Sie dann natürlich morgen hier im Sachsen-Spiegel. Heute Abend ab 19.50 Uhr gibt es hier im MDR ein Machtigrand-Spezial. Es geht um 400.000 Euro, um die sich die Kirchen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen bewerben. Heute wird der sächsische Bewerber ermittelt. Doch zuvor die Wetteraussichten mit Maira Rote. Sie stimmen uns weiter heiter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Abend.